Wie wirkt der Obama denn so von nahem? Sehr viel jünger und frischer, als ich mir das vorgestellt hatte. Man hatte ja gehört, die fünf Jahre hätten ihn schon ziemlich mitgenommen. Stimmt, aber wenn er so durch die Tür reinkommt, da kommt so ein Mensch mit total glatter Haut, großem Lächeln und so eine Ausstrahlung von Frohsinn und guter Laune, hing ja vielleicht auch damit zusammen, dass seine Michelle Geburtstag hat. Jetzt gibt er ja auch den Amerikanern nicht jeden Tag ein Interview. Warum gerade jetzt und warum gerade mit einem deutschen Fernsehsender? Ich glaube, die Amerikaner sind schon ziemlich aufgeregt über die Reaktionen, ganz besonders in Deutschland. Die wollen ja noch was anfangen. Die wollen zum Beispiel bei uns durchbekommen, dass dieses transatlantische Investitions- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen durchkommt. Ein Riesenprojekt. Und das geht natürlich nicht, wenn man sich zutiefst misstraut. Dann jedes Mal, wenn irgendwas mit genetisch modifizierten Lebensmitteln auf den Plan kommt oder so, wo man dann auch mal sagen muss, vertraut uns, wir werden euch da nichts unterjubeln. Und dann ist die NSA-Geschichte wie der Elefant im Raum. Und dann kannst du keine vernünftigen Verhandlungen führen. Das müssen die ausräumen. Und dann haben die gesagt, wir ziehen jetzt mal die schärfste Waffe, die man im Public Diplomacy, also in Öffentlichkeitsarbeit hat, aus der Tasche und bringen die zum Einsatz, nämlich unserem Präsidenten im Interview. Jetzt war das Interview nicht so kurz. Er hat sich ja auch ziemlich Zeit. Ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen. Es waren zehn Minuten ausgemacht. Ich glaube, es waren jetzt 16 oder sowas. Aber ich konnte auch nicht. Er hat doch eher ausführlich geantwortet. Und ich wollte doch auch meine Gesichtspunkte da mal auf den Tisch bringen. Ich glaube, es sollte ja auch in seinem Interesse sein, dass er das ansprechen kann. Und I overstayed my welcome, hatte ich das Gefühl. Seine Gehilfen haben im Hintergrund schon ganz schön rumgesprungen. Du hattest viele Fragen. Glaubst du, er hat sie beantwortet? Naja, er ist einer von denen, die dann doch relativ schnell in den vorbereiteten Text wieder zurückfallen. Also die Rede schwang da immer noch mit. Und man hatte das Gefühl, jetzt fühlt er sich wieder wohl. Das ist das, was er vorbereitet hatte. Er war schon auch ein bisschen angespannt. Das ging bei dem Interview auch für ihn um was, nicht nur für uns. Jetzt ist ja der Präsident in Amerika natürlich die ganz große Figur, der mächtigste Mann der Welt. Die machen ein Riesen-Bohai. Wie ist denn das für dich? Warst du aufgeregt, den Präsidenten zu interviewen? Also irgendwann geht einem das ständige Hin und Her und die Abstimmung mit den vielen Stellen dann schon ein bisschen auf die Nerven, wenn dann Details nochmal umgeschmissen werden oder lange besprochen und dann doch wieder anders gemacht. Aber als er dann in den Raum betrat und so diese positive Ausstrahlung in den Raum kam, war es auch absolute Ruhe. Ich war ja auch echt gespannt darauf, wie er ist. Ich hatte mir wirklich vorgenommen, irgendwann wirst du ihn mal interviewen können, hat er schon halb aufgegeben. Und am Ende hat er gesagt, naja, vielleicht bringen wir in den 900 Tagen ja nochmal eine Begegnung unter. Also ich glaube, als Versprechen darf ich das nicht verbuchen, aber ich hätte nichts dagegen. Du hast schon zwei Bush-Präsidenten interviewt, Präsident Clinton. Wie ist denn der Obama im Vergleich zu den anderen Präsidenten? Ja, das sind alles sehr unterschiedliche Typen. In so einer Situation kommt der eigene Charakter auch ziemlich stark raus. Bush war einer, der seine feste Meinung hat, der in dem Gespräch auch gar keine Chance mehr sieht, irgendwas zu vermitteln oder so. Er gibt das, worauf er sich festgelegt hat, wieder. Clinton ist das krasse Gegenteil. Bei Clinton hatte man das Gefühl, der interessiert sich für deine Frage und will dich in diesem Moment überzeugen, dass er recht hat. Und da kamen damals auch nicht so die abgestanzten Sachen, sondern er freute sich richtig, wenn er rausgefordert wurde und nutzte die Gelegenheit. Er war, glaube ich, von den Dreien der beste Kommunikator in meinem Eindruck. Barack Obama ist dazwischen. Er hat einen ungeheuren Charme. Er hat einen Traum von einer Stimme, eine sehr, sehr angenehme Präsenz. Und ich glaube, er ist auch jemand, der gut darin ist, wenn was schiefgelaufen ist, das dann mit einer schönen Rede und der Erklärung guter Absichten zu verpacken. Und in dem Arsenal hat er jetzt auch wieder geschöpft. In dem Gespräch ist es hoffentlich, das müssen aber die Zuschauer beurteilen, dann trotzdem im Gespräch geworden, das auch genügend Zunder hat. Denn niemand will ja ein langweiliges Gespräch von 15 Minuten hören und ich glaube, er wollte auch keins machen. Danke. Gerne.